Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meiner neuen Minimalismus Roomtour. Ich werde dir heute endlich unsere neue, fertige Wohnung zeigen. Wenn du schon in meinem vorvorletzten Video dabei warst, weißt du ja, wie alles leer aussieht, aber heute zeige ich dir alles. Komplett fertig und mobiliert ist, wie wir persönlich finden, wunderschön geworden und ich freue mich sehr. Lass uns anfangen direkt in der Küche. Ja, fangen wir an in der Küche und zwar mein Lieblingsort. Das ist meine, unsere absolute Traumküche. Schaut euch mal an, wie viel unfassbar freie Arbeitsfläche ich hier habe. Das ist echt ganz, 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 ganz toll. Ich komme hier unglaublich zur Ruhe. Ich habe hier dieses riesige Board, das ist wunderschön. Das habe ich aus London von Bower Market. Dann habe ich hier meine drei Keramik-Sachen für Salz, meine Messer und natürlich auch meine Flockenquetsche. Also das ist echt ein unglaublicher Ort der Ruhe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Eigentlich glaube ich den ganzen Tag nur so rum, mit Schürze und bin hier irgendwie am Kochen oder am Machen. Also das ist wirklich, ja, es ist wunderschön. Echt, ich bin unfassbar dankbar, unfassbar glücklich. Jetzt haben wir uns noch hier vier Stühle geholt. Da können wir auch mal Leute einladen, um irgendwie mal so ein bisschen Gäste zu haben. Ja, also ganz, 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 ganz schön. Jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter und zwar in Schlafzimmer. Ja, Flur machen wir gleich. Gehen wir erstmal in Schlafzimmer rein. Und zwar, ja, das ist unser Schlafzimmer. Hier steht auch nicht so viel. Wir haben jetzt hier unseren Spiegel. Dann haben wir hier Wikis riesige Schrank, Front sozusagen für all ihre Sachen. Hier ist Wikis Kleiderecke. Da kann man so ein bisschen hier schminken und so weiter. Und ja, es ist wunderschön, wenn man morgens in die Rollladen hoch macht. Ich schlafe ja auch ganz, ganz tief, weil hier ist wirklich dunkel. Wenn man morgens die Rollladen hoch macht, dann guckt man hier ins Grüne. Ist wirklich ein absoluter Traum. Auch diese kleinen Eckfenster. Hier ist auch mein Buch, was Wikis liest, was ich übrigens auch wieder verlose. Diesmal nicht bei YouTube, sondern wieder bei Instagram. Ich mache das in meinem Wechsel, weil ihr euch immer so freut. Zwei handsignierte Exemplare. Gehst du einfach um zu deinen letzten Instagram-Beitrag. Schreibst, ich bin dabei drunter, folgst dem Kanal und das Ganze lose ich dann nächste Woche aus. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Wohnzimmer. Ja, hier stehen jetzt noch so ein paar Sachen, so Ikea-Sachen. Das muss man noch wieder zurückgeben. So, jetzt haben wir hier das Wohnzimmer. Das ist mein Startort in den Tag, sozusagen. Hier stehe ich eigentlich jeden Morgen auf. Einer meiner Karte, der weckt mich immer. Und dann gehe ich immer hier hin, mache den Fernseher an, der übrigens ein, also dieses Bild ist übrigens ein Fernseher. An der Stelle, das muss ich jetzt auch an der Stelle einmal kurz loswerden, auch wenn es wahrscheinlich für die meisten von euch uninteressant ist. Aber mein Nachbar, Vermieter und ich glaube mittlerweile auch Freund Daniel, der hat uns unter anderem diesen Fernseher hier angebracht. Man sieht einfach gar keine Kabel. Das ist so krass clean. Und du hast uns und mir so viel in der Wohnung geholfen. Ich weiß, dass du die Videos auch schaust. Also tausend, tausend Dank dafür. Wirklich, ja, hast uns einfach sehr, sehr geholfen. Aber kurz zur Routine zurück. Dann nehme ich mir meine Kopfhörer und dann gehe ich meistens hier hin, mache mir dann irgendwas an, womit ich dann Sport machen kann und mache dann hier Sport. Wir haben halt noch keine Yogamatte, aber der Teppich, den finde ich halt auch eigentlich ganz schön. Hier kann man halt auch ganz gut sitzen, irgendwie wenn man mal was lesen will oder so. Ja, und hier aber so eine kleine schöne Ecke mit Bildern. Dann hier mein Arbeitstisch. Der ist halt, ja, clean wie immer eigentlich. Hier habe ich so ein bisschen Lavende. Der beruhigt mich irgendwie so ein bisschen. Gibt so einen schönen Duft. Den kann ich ja auch rundschauen, hochfahren. Das ist echt für mich mega angenehm. Dann habe ich hier auch mein Notizbuch. Habe ich euch schon tausendmal empfohlen. Das beste Notizbuch ever. Weil man kann hier immer wieder das, was man geschrieben hat, wegwischen und dann neu schreiben. Ich habe das jetzt drei Monate und ich habe noch nicht eine einzige Seite verbraucht. Habe ich dir auch unten verlinkt. Unfassbar praktisch. Und dann, ja, halt hier mein Laptop. Hier steht meistens der Staubsauger. Stört uns jetzt auch nicht so. Und hier müssen wir noch so ein bisschen gucken. So, jetzt gehen wir in Flur. Auch ein Lieblingsort, weil er einfach total riesig ist und eigentlich auch ein Ort für sich ist. Hier haben wir so Blumen. Es sind keine echten, nur müssen Fake-Blumen, weil da müssen wir nicht immer welche neue kaufen. Und wir finden es irgendwie blöd, Blumen zu kaufen, die nur dafür gezüchtet wurden, dass man sie dann eine Woche hat. Und dann sterben die wieder. Deswegen haben wir uns hier so einen Trauch gekauft. Der war zwar ein bisschen teurer, aber hält jetzt für immer. So ein Bild. Hier haben wir so eine Fußmatte. Der ist für Schuhe. Oder manche kratzen sich auch dran, wie ihr seht. Dann haben wir hier unseren Staubsauger. Und das ist der Akku für in seinen E-Roller. Und hier mein Kleiderschrank. Ja, ist jetzt so gesehen nichts Besonderes. Hier oben sind meine ganzen T-Shirts. Hier sind meine Jacken. Hier sind meine Pullis. An der Stelle kann ich euch auch mal mein neues, einer meiner neuen Lieblingsteile zeigen. Das ist von Armed Angels. Eine unfassbar geile Bomberjacke. Ich ziehe die mal eben über die Jacke drüber. Die sind ja auch hier einer der Hauptsponsoren von dem Kanal. Und die machen einfach mega, mega tolle, nachhaltige Mode. Ich finde, das ist ein ganz, ganz cooles Unternehmen, weil die Sachen halt nicht nur vernünftig produziert sind mit ethischen Werten, sondern weil die eben auch noch einfach sehr, sehr cool aussehen und irgendwie halt einfach mal modisch sind. Und so ein bisschen so eine Alternative zu vielen, vielen anderen Modelabels sind. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich finde es einfach toll, dass sie mit auf dem Kanal sind, sage ich immer wieder. Von denen habe ich unter anderem zum Beispiel auch so ein T-Shirt, so ein Oversize-T-Shirt, aber natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Wenn euch da so eine Tour wünscht, könnte ich mir das gerne mal sagen, aber ihr habt ja jetzt schon relativ viel gesehen. Da mache ich gleich zu. So, und dann gehen wir ins letzte Zimmer und zwar ins Bad. Ja, das Badezimmer wurde halt auch alles neu gemacht, auch unter anderem von Daniel, der halt hier über uns wohnt. Das ist ein ganz schönes Badezimmer. Es hat zwar kein Fenster, was ich erst dachte, was ich sehr vermisse, ne, Billy? Da dachte man erst, das ist doof, ist aber ja nicht so doof, weil wir haben hier oben eine Lüftung und die ist halt wirklich ganz gut. Ansonsten haben wir hier ja auch nicht viel drauf. Unsere Zahnbürsten, der Spiegel, die Dusche, das ist halt ganz schön. Da kann man halt so reingehen und kann sich dann so duschen halt. Wir nutzen halt meistens das Ding und dann nutzt du das? Das? Achso, ja, ich nutze immer das meistens eigentlich. Und hier unsere Seifensäckchen. Und das war's. Jetzt erzähle ich noch mal kurz, warum wir überhaupt umgezogen sind, weil mich letztens jemand das bei Instagram gefragt hat. Ja, umgezogen sind wir deshalb, weil wir haben unsere alte Wohnung sehr, sehr geliebt. Es war eine wunderschöne Wohnung, aber wir hatten jetzt im selben Haus die Möglichkeit, nach ganz unten zu ziehen. Das heißt, wir haben sozusagen dieselben Vermieter, dieselben Nachbarn, wir sind in derselben Hutte und das ist einfach mega, mega schön, weil wir, wir lieben das hier. Hier ist voll viel Grün. Wir sind direkt am Park. Wir sind aber auch direkt in der Stadt, also auch mega zentral. Und, ähm, ja, haben uns sozusagen einfach die Chance hier irgendwie genutzt und wir sind, also wir verwirklichen uns hier mega. Ich komme hier total zur Ruhe. Das ist ein richtiger Ort des Friedens irgendwie. So, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so. Ich kann hier voll gut arbeiten. Ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Wir zahlen natürlich jetzt mehr Miete als oben, ist klar, weil die Wohnung deutlich, deutlich größer ist, aber das ist für uns beide okay, auch wenn es am Anfang komisch war, so mit der Umgewöhnung, weil wir immer wirklich sehr, sehr wenig Miete gezahlt haben. Wir haben jeder 260 Euro bezahlt, was natürlich nicht viel ist, aber hier mit dem ganzen Grün und so weiter drumherum ist wirklich mega schön. Wir haben sogar vor dem Haus so eine kleine Terrasse, wo jeder sich hinsetzen kann. Ähm, aber wir gehen da natürlich häufig hin, gerade wenn schönes Wetter ist. Häufig sitze ich auch im Fenster drin und frühstücke da irgendwie mit meinen Katern. Also eine ganz, ganz schöne Sache. Ich werde euch auch bald noch meine neue Morgenroutine zeigen. Es kommt immer dann nächste Woche, das Video oder danach. Aber ja, jetzt hast du so einen kleinen Einblick in unsere Minimalismus-Room-Tube sozusagen. Ja, und sonst, danke fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut und bis dahin. Klug. . . . . . Vielen Dank.